Ich lerne den lebensverändernden Button von Punkt, Punkt, Punkt kennen. Heute Morgen hatte ich so eine E-Mail bei mir im Postfach und habe gedacht, na das klingt interessant. Habe dann mir das angeguckt und habe festgestellt, es war Werbung. Werbung von einem Grafikprogramm, das ein gutes Grafikprogramm ist und das mir eben die teurere Version verkaufen wollte, wo ein Button mit drin ist, der, wenn man ihn draufdrückt, das Bild automatisch in die richtige Größe konvertiert wird. Ein lebensverändernder Button, mir war schnell klar, das ist definitiv nicht lebensverändernd, aber es ist so eine Frage, so ein lebensverändernder Button wäre doch toll. Ein Button, wo ich draufdrücke und das Leben verändert sich in eine gute Art und Weise. Ich drücke drauf und die Krankheit ist weg. Ich drücke drauf, die Pandemie ist vorbei. Ich drücke drauf, die Sorgen sind weg. Ich drücke drauf, mir geht es besser. Ich drücke drauf und was wäre es bei euch? Was wäre es bei euch, ein lebensverändernder Button, den ihr euch wünschen würdet, wenn ihr draufdrückt, dass es besser wird oder wenn ihr draufdrückt, dass das das Leben verändern würde? Den gibt es natürlich nicht, den lebensverändernden Button. Manchmal würde ich es mir wirklich wünschen. Bei so manchen Stellen bin ich vielleicht auch ganz froh, dass es den nicht gibt, weil ich glaube, das wäre auch ganz schön schwierig. Ein lebensverändernder Button, der eine drückt so, der andere drückt so, wie soll es denn dann werden? Aber ich glaube, dieser Gedanke eines lebensverändernden Buttons, der kann für uns schon hilfreich sein, mal drüber nachzudenken, was ist wirklich wichtig? Was ist auch wirklich entscheidend im Leben? Was ist das, was auch lebenswichtig ist, lebensentscheidend, lebenswert, wo es auch wert ist, lebensverändernd zu sein? Ganz unterschiedlich ist, dass da auch mit dazugehört. Ich glaube, es ist relativ schnell klar, dass ein Grafikprogramm da nicht unbedingt dazugehört. Aber bei den anderen Dingen, glaube ich, ist es wichtig, immer wieder neu drüber nachzudenken, was das denn sein kann, was damit dazugehört. Ich wünsche euch heute einen lebenserfüllenden Abend, einen lebenswerten Abend, vielleicht auch mit dem Gedanken, was denn lebensverändernd sein sollte, sein könnte, besser vielleicht auch nicht sein sollte. Schönen Abend und bis morgen.